Ich habe mir nach meiner Matura im Mühviertel gedacht, ich werde jetzt so ein Kabarettist. Weil dann will sicher jeder Mensch in ganz Österreich mit mir schlafen. Ich ist mir voll aufgegangen. Gar nicht mit mir schlafen. Meine eigene Freundin, die mag auch gar nicht mit mir schlafen. Sie sagt immer zu mir, sie sieht mich eher als Bruder. Aber das war der bei uns im Mühviertel-Lecker-Problem.